Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, wir spielen Fortnite. Ich hab wieder die Weihnachtsmütze. Ich hab schon so oft gesagt, die ist halt einfach cool. Sieht stylisch aus. Und ich spiel wieder Doos. Da sieht man sich um links wieder. Jeder mit meinem Mädchen. Den Therese. Und ja, letzte Aufnahme lief nicht so gut, muss ich sagen. Aber, ja, was soll man machen, ne? Das ist aber auch jetzt irgendwie egal, wenn die sind, wenn die sich hier interessiert, jetzt nur... Ja, hast du noch was zu sagen, oder? Naja. Okay. Geh mal runter und hoff auf den Baunst. Hier, Junge, wir sehen niemand, ey, ja, guck, Blut, äh, doch, guck mal vor dir. Das sind oder zwei, also irgendwie bis dahin, nr. Was machen die, nr. Kommen, nr. Ey, ich wollte dich, da geh ich halt anders aus. Ah, nur, nr. Nr. Nun, du, nr. 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 M Nr. 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 um negativ wer haben wir haben wir wirklich die Forderung nein ich habe doch zwei Rufzüge naja guck schafft man jeden schieben wir durch ja wo weißt du sie die zwei nicht? egal gleich gerübt du ich hab mich schon selber gerübt und gleich gemerkt du merkst du musst mal auf den Fleisch wenn ich will nicht sehen ja ich brauch aber nur noch in der normale Schrotz hinterher und danach ich hab ja schon ich hab ja schon ich hab ja schon oh ne Lini 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 das soll ich dort die war schon durch wer landet er mit meinem Haus ich raste eh noch aus ne und spieler bei dir? ich komm grad aber außen schlecht aber komisch was war nur einer ich hast du 2 2 2 äh für 50 sekunden ich hab schicke nach bahn bahn und war noch zwei spieler beide getöteten los ja und wir hatten aber weggefühlt das ist jetzt nicht wahr mit 20 jahre lokal was ich spielen aber ich brauchen mal nochmal hier was ist das ja das isting die lachen die wie schlecht jones macht und macht 100 22 wie ist es so los herkommen komme ich mache bei mir für eine sparte fernst du kann der klau machen kommen wir näher freilich musste rasieren als erlitz für mich gar nicht schädet leider da hatte ich ein problem in bewegung hallo nicht bauen tut mir leid wir müssen brauchen wir brauchen was ist denn das unnötig es ist hier nur hilft trotzdem das magische schüler nicht das ist schon wieder mir zeigt diesen geht sehr viel ab ich bin ja und lieben gar keinen gar kein Kampferur wenn ich nicht nur wieder 20 in der Einung ich gehe mit dem Flugzeug ich war da jetzt sind die Fahrt zu fliegt der ist dasselbe die Falle fließt alles dann ruhig der Fischmann Johanna ein Spielern schon über Fakten die Dörbe der 5 weiter ja ich bin auch blutleck nach hause und wir kommen das war ein sexes zu kommen man muss sein ich muss da ist es nicht ein spieler in den Lauf da steigt nicht am liebsten aus dem Haus ich meine wenn jetzt wieder 30 spieler werden ja glaubst du ja ja blutleck ist hier krasse wo weiß ich nicht ich hab was gehört weiss ich vielleicht mit dem bus wir haben welche wo dann ja hier einfach und schweizer schweizer neuen schweizer 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 oh mein ganz schön roter fallen ich muss wieder hochkommen auch so noch mal ein Schroppschluss mit er darf geboxt hey beide geht auf mich, ich kann zu mir helfen der hat mit dem oder ich habe nichts getroffen was ist das ich habe nichts getroffen, ich habe nur ein hundert ich habe mich nicht in der Reihe neulich kann man nicht in der Neutschule wieder so wie kann man nehmen so krägten immer wieder zu sagen bis zu einer Runde kommen aber ich habe hier und die schützen aber auch jede jedes mal eher weise nicht die Schuhe ich will auf Helmenspann spielen und die trägt nur die Schuhe mehr wie so ein Cash Cup der okay so dofinale im cash gab der ja immer ehrlich das ist es war das 20 mal gerade 20 minuten erwarten da muss man durch schrotz waffen ein mutiger krank die buchler nur schlecht gegen die der jungen die sucht mein loo krank die suchen mein loo die finden ihn aber nicht wie schlecht das war so lange ich verfehle das nicht hatte das lehrt wirklich nur warten 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 wie war doch ein grub für anführer soll das ja was passiert ja ja ich bin jetzt schon ich bin jetzt im match wo immer diese kopfschmerzen dann fort hat er krank normal ich bin im spiel ich bin im spiel gekämpft dringend wegen ob er noch noch mal hier landen liebte zunächst niederklästig und dann hat man sich ganz noch aus dem Papen fast die kippiert ich bin kein ich bin kein das ist nicht ein bau mehr immer wenn ich halt schon ich bin kein ich bin keinem Bauarbeiter was bin so flach Gott sei Dank wenn mir geht ob ich es ist eine Kommission wird vorbei nice one alter meilow das was gott ja ich bin nur schrott ich will alle glaube ich habe ich sogar waffen ja ja er hat mich gesehen habe ich wieder durchgeglitt wirklich es war klar wie das ist meine wand ist es wird durchgeglitt alles gut an mir wie für wieser dadurch kommt endlich einmal abgebaut so unnötig wieder weil sich über durchgelegt stehe ich nur mit leben noch 90 spieler krank ist nur noch so wenig leben zwecklos die band die dort ist sehr gut gelesen es waren so welche shit anziger ja er hat ja wieder durchgeglitt und anders wie die splattern sage ich nun mal so diese hier mit dir 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 ich habe mich selber und ich habe mich hier wie sieht ja es war ja ja oh nein bitte spiel das einfach nicht uuuhu nein hör auf uuuhu ey Junge ich machst du immer ach ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's glück sowas mein gott auch nein hab ich ihm narr gesagt ne ich hab's nickel gehört mit meint bei 2 2k sturmdrehen wird die sturm sturmdreher bananen ist ein grünes oder so das bananen ich glaube ich habe sechs minis habe ich habe ich meine tage los kommen lassen aber es sei geradeaus und spieler jungen so einer großen zone ja ist recht 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 ich habe so eine schlose taktik ich kann die sogar vorliegen noch ein wenig doch in die schon der zwei jahre und diegel im gold der ist sondern der spieler da links ich finde ich wie das ist der spitze getroffene lachs ich habe mich über den profi ich gehe da mal hoch oder 100 hat er da von rechts auf 2 hat die dort selbst gegeben dieser bau war weg da immer noch und das ist ein Hoppala ein Hoppala in der Hüppe leer aus wieder rausgerutscht nur was sie noch schnapp schon überlegen dass die Bananenut er hat sich den Leben mal schockt ab trinken 50 Sekunden dort ist so dumm ich muss noch sieben Kollegen ich glaube ich schaue der ganze Zeit Schüsse. Nein, oder? Ja. Ich habe nur so eine Kackpappe. Ja, na. Ey, geil. Ich habe nur... in die Grüne. Das wird jetzt ja. Schau, schau. Oh, die Witze. Uh. Das war nur zwei da. Oh, ja. Da am Haus. Die Luft drei Millis. Ich hab schon sechs. Ah, ich hab auch sechs. Ich zieh noch ein... Ich zieh noch ein Hammerbord. Birchchen. Hallo. Hallo. Haltet sie diese Taktik geht damit zwar so viel schneller. Na, endlich, man muss so. Wir sind die ganze Zeit. Ich bin dabei immer wieder sein. Leier. Ja, ich komme jetzt. Der darf. Dein... Ah, ne, ne. Da ist schon hier. Da muss ich schon wieder bist. Ey, was machst du? Ich bin nicht tot. Oh, boah, hat mich geklippt, Digga. Ich schwöre, der darf mich geklippt. Wo bist du denn? Ey, und der Tanz. Ey, so, der hielt ihn. Der hielt ihn. Ja, ich geh doch schon. Der hielt ihn. Junge, 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 du hast kacketiert, Digga. Ja, der hat, der hat, der hat die hielt schlechte, Digga. Oder... Was, du am Schwitzen, Digga? Er ist krank am Cracken. da muss er jetzt erst wieder durchgegangen die Menschen hat sie das ohne Spaß und er schützt schon wieder richtig viel Jahr die Kammern sind in der Nähe von der Gis nur die Hose und Mordes 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 und Mordes 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 von der Tanz und der Art und die Ehe für jede heute kommen jeden jeden Fläche jede Uhr der Betriebe und bekommen die Ehe kann man gut doch schütteln gehen das haben wir machen ohne den zweiten Runde machen und schuldig noch egal ja wir holen mal so hohe kilder besterben andere trottel immer eher die daumen viel zu lange was ist das ich finde typisch zu gucken hat so und herrschenschen näher weinen die hier weil der spitz ist es weiß ich sind hier nach vorne nein wurde da das nicht so geklickt der ja ja weil doch immer ohne mich geschenkt nicht nur ein junger spieler nur schauen und werden wir haben so was er von der blabler das hochgekommen mit dem wörtel Ihr müsst ja trotzdem vor allem abgehauen. Ja, wenn du so lange warst, was soll ich dir sagen? Nee, macht keinen Sinn. Na doch, ey, ja. Nee. Das ist mir scherzig. Hallo? Bist du noch da? Und schweig nicht. Weil jetzt gerade irgendwas passiert. Safe hätte sie ausgegangen. Hoffnung, ich redet er wieder. Ich höre nicht. Warum höre ich nicht? Hallo? Warum bin ich schon wieder gefangen? Verstehe ich nicht. Nee, ey, das ist ein Fehler. Du bist rausgeflogen aus dem Mädchen. Ja. Ich will auch nicht mal deine Lobby. Du bist rausgeflogen. Ich kann dich einander wieder privat besuchen. Nein, nein, ich bin im Spiel noch. Ja, verlass mal. Eine Runde machen wir noch. Na? Na, komm rein. Wie hast du noch? Ich hab dich von zwei Eilungen geschickt. Ja, ich hab dich von zwei Eilungen geschickt. Keine Ahnung, Junge. Komm rein, Junge. Wie ist ein Fehler? Geht nicht. Ey, Junge. Ich kann noch nicht beitreten. Es ist ein Fehler aufgetreten, geil. Was ist ein Fehler? Später erneut. Ja, aber er ist krank. Ah, da würde ich schon. Digga. Doch, schon. Ja, ja, das finde ich besser. Standjob ist besser als Eisenbrecher. Oh Gott, er hat doch jede Wall, jede Fläche bekommen. Ist krank, ey. Warum schwitzen du heutzutage so viele, Alter? Ja, ey, yo. Du bist immer bei Fortnite. Ich bin nicht mal ranked, ey. Wir spielen ja... Public. Normal. Komisch. Ja. Wir spielen einfach nur Public, Junge. Auf Spaß, so, Junge. Ich spiele irgendwie... Oh, aber mein Mikrofon. Und die schwitzen ja so... Bist du? Äh, Cashcraft-Schwitzer, ey. Die schwitzen ja anders, ey. Die haben ja richtig gut... Weg. Oh, jo, jo. Und der zweite war schlecht, aber... Aber das ist mehr geil. Wirklich? Junge, Junge, Junge. Du, man hat dein Headset. Okay, Freunde, aber... Aber wie lange soll ich noch warten? Junge. Hallo? Dein Headset, der Mann, ey. Ich versteh's nicht. Es geht los und du... Dein Headset wieder. Hallo? Was machst du denn? Ich geh das jetzt wieder nicht. Sie hörst dich schon wieder nicht. Hallo? Hallo. Alle bisher wieder. Ich muss mal schnell... das muss ich wohl angehen, naja. Was hast du Bock auf Tätet? Dale, hallo? Ja. Ja, komm. Hau, wofür Bock auf Tätet? Ja, du, aber ich ne, Junge. Ich bin dir wieder direkt vor. Ich bin zuerst da. Ich bin zuerst da. Die töten die zahlten. Die haben mit dir, oder was? Mit Kummer. Ja, seh, dit. Dries ist da am Chat. Sendris. Kommen wir. Ja, überholen die CD. Schwierzahle. Ja, mein Headset, deg, piep, 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 dega. Was gehen hier ab? mein herz ist aber auch wieder hat im kopf ich nervte ich stand auf tower die schaffe oder hat es jetzt dass ich an die ganzen karten das led macht pppp blesschon ja muss selber auflade ja 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 normal du hä du schickst an mir oh mein Gott hat zwei leute fast wie durch gelände ich hab einen getötet und dann der mich durch ein Gelände oder so getötet hat der haut ab der ich hab den jetzt verfolgt was mit dir los wo hieß er denn ja das war zwei einzelne aber der hieß selber es ist aber jetzt ein Du ne der andere ist beim Loot ja genau so war das halt na von hinten ne oh es geht dir nicht gut na wer es geht mir nie gut na wenn du noch willst oh 6 HP 6 HP 6 HP naja aber egal ich würde sagen das war's mit der Folge ich hoffe sie hat euch gefallen ich danke euch für's zuschauen hast du noch etwas zu sagen ne tschau tschau heidegetreide ciao 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 Bis zum nächsten Mal.